Prachtkerl Sam ist ein freundlicher Rüde, der es liebt, Zeit mit seiner Bezugsperson zu verbringen. Gassigehen oder Kopfarbeit, er genießt es, beschäftigt zu werden. Er ist ein lieber, verträglicher Hund, der auch gut zu älteren Kindern vermittelt werden kann. Sam braucht ein paar Tage, um Vertrauen zu fassen und seine neue Umgebung kennenzulernen. Hat er sich einmal eingelebt, kann man sich über einen liebenswerten, treuen Hundefreund freuen. Wo darf Sam einziehen? Untertitelung des ZDF für funk, 2017